Auf Amazon habe ich einen Overhead-Tripod gefunden, das sich auch als Telefonstativ bezeichnet. Was es damit auf sich hat und welche Art der Aufnahmen sich damit anfertigen lassen, zeige ich euch in diesem Video. Schauen wir uns aber als erstes einmal den Lieferumfang an. Es ist eine Tischklemme dabei, an die wird dann der Arm befestigt. Das ist im Grunde ein klassischer Mikrofonarm mit einer kleinen Besonderheit. An der Stelle, wo sich normal eine Mikrofonschraube, also eine 3,8 Zoll Schraube befindet, finde ich hier eine 1,25 Zoll Schraube. Die eignet sich wiederum perfekt für Webcams, für Kameras oder auch für Handys. Naja, ein Handy hat jetzt kein Gewinde direkt, aber im Lieferumfang ist eben noch eine Handyklemme dabei. Und genau die lässt sich an dieser 1,25 Zoll Schraube auch anschrauben. Das ist aber noch nicht alles, es ist auch ein Kugelkopfadapter dabei und der ist für dieses Setup sehr wichtig. Deshalb finde ich es auch sehr gut, dass der direkt jetzt hier im Setup dabei ist. Schauen wir uns das Setup doch einfach mal in der Praxis an. Auf diesem Foto habe ich mein Handy mit der Smartphoneklemme befestigt und den Kugelkopfadapter im 90 Grad Winkel angewinkelt. Der Vorteil von diesem Setup ist einfach, dass ich kein großes Stativ brauche, das vor meinem Tisch steht, sondern ich einfach am Tisch dieses Stativ befestigen kann und mir beim Arbeiten oder beim Vorführen eben nichts im Weg ist. Der Mikrofonarm gibt mir die maximale Flexibilität. Ich kann nah an das Objekt heranzoomen, indem ich ihn nach unten drücke und ich kann auch jederzeit die Position wechseln. Wir reden ja hier über eine 1,25 Zoll Schraube. Das heißt, ich kann auch jegliches andere Zubehör, was nicht auf Kamera hört, daran befestigen. Zum Beispiel kann ich meine Beleuchtung daran befestigen. Auch die hat eine 1,25 Zoll Schraube. Und ja, dann kann ich halt andere Lichteffekte erzeugen, als wenn ich immer nur von unten oder von vorne belichten kann. Damit kann ich das Licht auch von oben zum Beispiel auf ein Objekt richten. Mein Zoom H1N mobile Audio-Rekorder hat auch eine 1,25 Zoll Schraube. Hier würde ich euch aber empfehlen, einen Shock Mount zu benutzen. Schaut dazu mal in die Infokarte. Neben dem Smartphone kann ich selbstverständlich noch meine ganz normale Kamera, die eine 1,25 Zoll Schraube hat, daran befestigen. Auch das ist kein Problem. Kommen wir also zum Fazit. Das Overhead-Stativ ist für 28,99 Euro aktuell bei Amazon erhältlich. Dafür finde ich den Preis absolut angemessen. Das mitgelieferte Zubehör ist sinnvoll gewählt und macht die Benutzung des Stativs sehr flexibel. Bei 28,99 Euro kann ich natürlich jetzt keine hohe Qualität der einzelnen Teile erwarten. Die erfüllen zwar ihren Zweck, mehr aber auch nicht. Der Kugelkopfadapter lässt sich zum Beispiel schwer bewegen. Auch die Kameraklemme macht keinen besonders guten Eindruck. Trotzdem funktionieren sie und tun im Grunde genau das, was sie machen sollen. In diesem Sinne sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und im Abspann bekommt ihr noch ein paar weitere Videos. Vielen Dank.